ein herzliches willkommen bei unserem let's play super mario world mit sanku und seiner tochter du sagst gar nichts bist du hier oder was doch gut hey du bist erster spieler ja ich bin vielleicht erster spieler aber hier bin ich immer der zweite ich nehme heute mal tot der ist richtig süß als krank der labert aber viel der ist richtig süß so jetzt hier sind wir fertig jetzt gehen wir zur nächsten da oben da die ich mal ja ich hab schon gehört hier ist der Eingang mit zu kommen her und her im schalterteil hey wie siehst du denn aus und ist denn nur so rot Mann hör doch mal bitte auf man ist noch ein baum nochmal rauf für Münze wow man ist halt nicht gerechnet ja warum hat er denn da oh cool eine feuerblume hattest du schon eine feuerblume oder was achte es wegen du sagst so schon gewundert schade dass man den baum nicht abfackeln kann da hast du schon mal wieder den falschen knopf gedrückt oder was sind mit dem gibt gibt der auch nur nur Münzen halt warte mal komm mal hier da oben ist noch diese Tante ich wollte noch gucken was sie so hat ich bitte irgendwas machen kann ich bitte irgendwas machen hierüber der kann ich x ok huch ich kann mich frag mich was das hier für mich ok wir haben die Schienen verändert ok ok ja da richt oh ein Stern wofür ist der jetzt? hier ist doch bestimmt irgendwas hinter dem Wasserfall ne oh oh ach er kann auch nicht ich komm nicht holen so jetzt so oh da war irgendwas hast du das gesehen? ich mag da hin ich mag da hin nein ich hab's geschafft wieso schaffst du das? na ich weiß auch nicht oh 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 yeah geh doch mal bitte runter grad auf den Stuhl Das ist gefährlich. Sag ich ja, ist gefährlich. Ah, das haben wir nicht geschafft. Oh, was? Wo bist du denn? Ah, da bist du. Hä, da kann ich jetzt aber auch nichts. Ups, tut mir leid. Tun das dritte Mal. Wow. Warte, lass dir erstmal alle weg. Hallo, da ist was. Wo bist du? Hä? Na gut, nimmst du deine eigenen? Nimm den, nimm den. Oder auch nicht. Wow. Hm. Dieses Levesdorf. Ja, ein bisschen. Also sie zweit auf jeden Fall. Oh, no, 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 no. Herr, auch so zu plappern. So. Also Jana, jetzt hattest du gesagt, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Oh, können wir Roulette spielen? Nein, mach doch. Dann bin ich gut. Ich mag Roulette spielen. Mhm. Tschüss. Waren wir schon in der Röhre? Naja, da waren wir schon. Okidoki. Good to gooo. Wow, das ist gut. Was? Unglaub. Ich fahrwitzeln hin. Witzeln hin. Oh, da ist ein Hinblock. Da hat ein Gunnar drin, gut zu wissen. Was? Oh, yeah. Ah, den können wir nur sieben, ok. Pass auf, gleich müssen wir ein bisschen bereit sein. Mensch, du hast den Sprung geschafft. Ja, stolz auf dich. Sag doch mal, weil du bist so ruhig. Okay. Okay. Sind ja nur noch die Münzen, die du nicht kriegst. Bei den Stern. Ah, Entschuldigung. Und, daran habe ich jetzt schon mal gar nicht mehr gedacht. Was machen die denn? Ey, das war Mini Luigi, hast du gesehen? Hm. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, ey. Ich will mal raus. Dadurch werde ich das sehen. Könnte ich fuß. Tee, nichtsılk. Warte mal, ich will mal gucken, ob wir den kaputt machen können. Ah! Natürlich nicht ganz so clever. Ja, so ist gut, so ist gut. Oh, ne. Der ignoriert Feuer. Aua, jetzt hat er eine Feuerblume verloren, weil er auch nicht raufgesprungen ist. Oh! Hast du die erst mal vor, hier? Oh! Mann, was macht der denn? Ich... Nein! Was macht der denn? Warum fährt es weiter nach unten? Ich will keinen Tanuki. Ich gucke, ob hier noch irgendwo was ist. Nur mit. Nur mit. Ne, hier ist nur der Zaun. Okay. Mini Luigi, komm! Ne, der war unten, ne? Also auch, wenn wir hier nach eben... also gleich in den Wasserfall gehen. Dann gucken wir mal, ob da irgendwas ist. Und zwar da, da will ich mal oben dann gucken, ob da ir... irgendwie was ist. Danke! Das war keine Absicht. Ne, da ist oben nichts, oder? Obwohl das teilweise so aussieht. Ein Gipro lernt eh nie. Also das ist... das Level ist ein echter... ein echter One-Up-Killer, ey. Guck mal, da ist ein Stern. Hast du den gesehen? So, der hatten wir ja vorhin schon, ne? Da sind wir hier komplett nach oben gefahren. Schaffst du alleine, Eni? Ah, scheiße. Ah, warte, wir müssen mal hier kurz Pause machen. Das geht gar nicht mit... gar nicht mit Eni hier gerade. Das geht gar nicht mit Eni hier.